Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe. Bewertet gerne das Video und sonst viel Spaß. Wir finden jetzt auch, dass da ein Schein-Sprite auf der Krone ist. Ah, okay. So K.O.? Wie gesagt, du hast ja wahrscheinlich die beiden Mies gesehen, wegen denen ich den Film kurz zu Ende und das VOD löschen musste. Hupen, hupen, hupen. Ja. Das war für die geklautten Münzen. Ja, der hätte ich früher loslassen sollen. Ich dachte, ich kann den Grind hier noch ein bisschen ziehen. Den Drift, Entschuldigung, kein Grind. Oh, ich habe Euling mal eine Münze bekommen. Und ich bekomme sogar ein Item. Mein zweiter schon in dieser Runde. Und es ist wieder eine Ratshell, die abgewährt wurde. Du bist die Karre zu schwer. Wie kann... Boah. Ich lese das gleich durch, Leidy. Ganz kleinen Moment, bitte. 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 Schau mal, den Jungs fährt er her, ne? Hey, letztendlich aber nicht werden. Ich habe hier aber auch gerade was zusammen, ne? Habe ich die Item gesammelt? Oh, Mann. Haha, ich werde ich letzter. Okay. Aber uns war heute keine Hitze. Bei uns ist hier heute total windig und so. Ja, ich habe gestern, wie gesagt, Garteneinsatz gehabt und so. So, ich will jetzt mal eine Hyrule-Piste. Aber so lange geht das Stream auch nicht mehr, weil ich dich beruhigen kann. Dann kannst du nachher schön schlummern. Was hast du denn so schönes im Wald gemacht? Ja, wie gesagt, bei den Zügen, ich meine, Gewinn ist schön, ja, ich mag Gewinn. Aber, ähm, vielmehr ärgert mich das, wie gesagt, Elfter ärgert mich gar nicht so. Da hat mich das bei Yoshital schon mehr aufgeregt. Die ganze Zeit erster, oh, da kommt die Blue Shell und die Red Shell. Oh, Steffi aus Deutschland. Ah, Bäume fällen, zersägen, spalten und stapeln. Ja, da hat mal ein bisschen was zu tun. Ah, Bäume fällen, zersägen, 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 zersägen. Jetzt kann das Wassersport raus. Oh, Lenken, nicht vergessen. Das sind meine Items. Weck da. Gott, ich bin jetzt auf dem Zehnten abgerutscht. Genau durch solche Aktion wahrscheinlich. Alter Wario, ne? Weiß ja, der ist ja der dreckigen Lache. So, einmal kurz das Wassersport berührt. Also, es ist ja auch ein Gruppenkuschel gerade, ne? Und wieder kurz das Wassersport kriegt er ne Red Shell ab und verkackt, deswegen mal wieder und wird auch überholt. Äh, ich hab umgegraben. Äh, ich hab umgegraben. Spät umgegraben. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ah, Guck, und sowas ergibt nicht viel mehr. Wenn man im letzten Drück voll was auf den Sack bekommt. So, ein paar wollen das Vulkan grollen. Aber die Kumuweide ist ganz weit vorne, ne? Ah, so. Ah, okay, machen wir mal die Kumuweide. Naja, wenn ich hier nur voll bombardiert werde, kann ich halt nix dafür, ne? Die haben es alle auf mich abgesehen. Aber egal, es macht ja trotzdem Spaß und das ist das Wichtigste. Red Shell! Guck, ich bin nicht so gemein. Ich verteile meine gleich am Anfang des Trends. NICHT. Hice. WU. RIPH. RIPH. Au. Na gut, das war jetzt doof gefahren von mir. weg da Donkey Kong ich beiß euch alle weg sogar die Kühe Roy beißt ihn auch noch da und noch eine Redshell warum ich die jetzt da hinten geworfen hab weiß ich nicht war der Vario da und sich bei oder da kommt wieder einer mit dem Stern angedonnert ups boah der hat mich fast erwischt der Bullet Bill so pass auf ich krieg jetzt wieder nur kürze wetten noch mal hier vorm Schöne bin genau man sammelt da durch Münzen ein und ähm also man sammelt Münzen ein und wenn man da eine bestimmte Anzahl hat entscheidet man Skins frei also Fahrzeuge Räder Gleiter und es wird wohl auch gemunkelt ob es jetzt wirklich besteht ist weiß ich leider nicht ähm dass du mit einer vollen Anzahl von Münzen also wenn du 10 Münzen hast auch schneller sind schneller bist ja ja ich wollte es der Schildkröte zurückgeben dem Panzer weißt du ich hab ein Herz für Koopas ja ich krieg am Ende immer auf den Sack jetzt geh mal zum Gewinner und schleim mich ein bisschen ein vielleicht hilft er mir dann ja das ist auch einer der Gründe warum ich heute doch kein Monster an der Stream gemacht habe heute Nachmittag weil ich hatte von gestern noch voll den Muskelkater und ich hab dann fleißig Videos geschnitten da spielt ihr mal Monster an der Rise so guck mal ich verdeckte Punkte von der Gottschalk Gang 2231 falls es dich interessiert ja moin das ist ein gutes Zeichen Chops zu erhalten River alter ey das darf doch doch nicht wahr sein man war jo alter er drückt mich hier haben wir weg hey oh 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 Gott sei Dank hast du gesehen wie die Blutschein an mir vorher gezischt ist so so vorbei an der Gottschalk Gang oh ich hab ne 8 genau wie sie jetzt alle mit der Bullet Bills haben wir vor bei zwischen das kann ich auch so so ja so merkt man dass man nur dass man richtig was getan hat aber gegen Muskelkater bin ich leider nicht resistent so 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 so